Einrichten eines Wireless-fähigen HP LaserJet-Druckers in einem Wireless-Netzwerk von einem Android-Mobilgerät aus Für eine erfolgreiche Einrichtung und Installation Ihres Druckers benötigen Sie folgendes. Ein Android-Gerät, das mit dem Wireless-Netzwerk verbunden ist, in dem Sie Ihren Drucker verbinden möchten, einen ausgepackten, eingesteckten und angeschalteten Wireless-fähigen HP Drucker, eine aktive Internetverbindung und das Wireless-Netzwerk-Passwort bzw. den Schlüssel, falls Ihr Netzwerk dies erfordert. Wenn Sie zuvor ein USB-Kabel oder ein Ethernet-Kabel an Ihren Drucker angeschlossen haben, trennen Sie dieses. Wählen Sie auf dem Bedienfeld Einrichtung. Öffnen Sie das Menü Netzwerk-Setup und wählen Sie dann Netzwerkeinstellungen wiederherstellen. Das Bedienfeld Ihres Druckers kann sich unterscheiden. Rufen Sie bei Bedarf support.hp.com auf, um detaillierte Schritte für Ihren Drucker zu finden. Der Drucker wird möglicherweise automatisch neu gestartet. Alle Netzwerkeinstellungen des Druckers werden auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt und der Drucker begibt sich in den Setup-Modus. Der Setup-Modus ist nur zwei Stunden lang verfügbar. Wenn Sie die Einrichtung nicht innerhalb von zwei Stunden abschließen, müssen Sie die Netzwerk-Standardeinstellungen erneut wiederherstellen. Aktivieren Sie Bluetooth auf dem Android-Gerät. Navigieren Sie auf dem Android-Gerät, das mit dem Netzwerk, in dem Sie den Drucker verbinden möchten, verbunden ist, zu 123.hp.com. Tippen Sie auf App herunterladen und folgen Sie den Aufforderungen zur Installation von HP Smart. Öffnen Sie die HP Smart App. Tippen Sie auf das Kontrollkästchen, um die Bedingungen zu akzeptieren, und tippen Sie anschließend auf Start. Beim ersten Öffnen der App erscheint der Begrüßungsbildschirm. Tippen Sie auf das Plus-Symbol, um einen Drucker hinzuzufügen. Die App sucht und erkennt Drucker, die mit dem Wireless-Netzwerk verbunden sind, und Drucker, die eingerichtet werden müssen. Wenn kein Drucker gefunden wurde oder Ihr Drucker nicht in der Liste der erkannten Drucker ist, tippen Sie auf Neuen Drucker einrichten oder Drucker hinzufügen. Wählen Sie ansonsten Ihr Druckermodell aus, das auch Setup im Namen anzeigt. Folgen Sie den Anweisungen, um den Drucker mit dem Netzwerk zu verbinden, und tippen Sie dann auf Weiter. HP Smart findet den Drucker, bereitet ihn für die Verbindung vor, ruft einige zusätzliche Informationen ab und schließt die Verbindung ab. Wenn der Drucker mit dem Wireless-Netzwerk verbunden ist, tippen Sie auf Weiter. Die App bestätigt, dass der Drucker erfolgreich im Netzwerk eingerichtet wurde. Tippen Sie auf Überspringen und anschließend auf Ja, um das Überspringen der Registrierung zu bestätigen. Zum Drucken mit HP Smart unter Android muss das Zusatzmodul HP Print Service installiert und aktiviert sein. Wenn es nicht erkannt wird, befolgen Sie die Anweisungen, um das Zusatzmodul auf Ihrem Gerät zu installieren. Tippen Sie auf Nicht jetzt. Tippen Sie auf Dokument drucken und anschließend auf das Symbol Drucken. Das Dokument wird über das Wireless-Netzwerk mit Ihrem HP LaserJet Drucker gedruckt. Der Drucker ist zum Drucken bereit und kann bei anderen Geräten eingerichtet werden. Zur Bestätigung der Wireless-Einstellungen und zur Unterstützung bei der Einrichtung auf anderen Geräten drucken Sie eine Konfigurationsseite vom Bedienfeld des Druckers. Wählen Sie auf dem Bedienfeld Einrichtung. Öffnen Sie das Menü Berichte und wählen Sie dann Netzwerkkonfigurationsseite aus. Die Konfigurationsseite wird gedruckt. Die Konfigurationsseite zeigt die Einstellungen Ihres Druckers einschließlich der IP-Adresse an, die zur Einrichtung Ihres Druckers bei anderen Geräten verwendet werden kann. die Konfigurationsseite wird auch Douchtes nicht möglich. Die Konfigurationsseite wird auch die Berichtung aktuell gestreben. Vielen Dank.